Musik Mir gefällt es sehr, dass wir sehr vielfältig sind, dass wir verschiedene Sachen anbieten und dass für jedes Angebot fähige Leute da sind, die mit Freude die Sachen umsetzen. Musik Ich finde es spannend, dass wir ganz verschiedene Hintergründe haben und trotzdem irgendwo im Glaubenverein die Gemeinschaft weiterentwickeln können und dass wir hier gemeinsam entscheiden, manchmal diskutieren, manchmal nicht einig sein und trotzdem gemeinsam einen Weg finden. Ich finde es schön, dass wir so viele verschiedene Leute sind, verschiedene Charaktere, verschiedene Persönlichkeiten. Das Schöne ist, dass wir uns immer wieder finden, dass wir zusammen unterwegs sind, dass jedes ein Style ist und nicht dass jemand alles übernehmen muss. Wirklich einfach als Team unterwegs sein. Musik 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 Musik